Herzlich Willkommen in APB. Mein Chauffeur, allen bekannt. Guten Abend! Warst du das? Da ist was explodiert. Nein, das war ich nicht. Aber es war ein gutes Timing für meine Fertigung. Ich wollte gerade sagen, kam sehr stylisch bei unserem Drift hier in die Kurve. Ja, wir sind wieder unterwegs als Kopf und wollen einmal kurz unsere E-Mails checken. Wir sind der scheiß Automat dafür. Ach da, war vorbei. So, was habe ich denn? Super. Hier hast du übrigens auch einen Automaten, wenn du noch Munition brauchst, dann einfach hier vorstellt. Ja, 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 unbedingt. Ja, ich dachte, ich erhalte irgendwas hier als Remus. War aber nicht so. Ja, man kriegt ja dauernd Briefe, auch sowas wie Fazit des Tages von deinem, naja, Händler, deines Vertrauens und so'n Scheiß. So, Munition frisch aufgeladen. Wie ihr seht, ich habe inzwischen eine Handfeuerwaffe mit größerem Magazin. Aber die hat mir eben auch nicht so viel Glück gebracht. Jawoll, Fanny ist schon bereit. Ich jetzt auch auf Sie. Oh, das ist doch mal hier. Stichwort, wo müssen wir hin? Ja, ich habe auch gerade Karte gefrügt. Wahrscheinlich haben wir eben auch nicht gewartet. Und dann sind wir gedacht, boah, was ist denn das? Einer, der hat nicht Karte gefrügt? Richtig. So, unser Kollege ist auch gleich vor Ort, wo es ausschaut. Oh, das war eine dumme Idee, glaube ich hier durch. Nee, durchlaufen, durch das... Nee, doch nicht. Oh, da sind schon die Gegner. Was? Ich habe schon Feinde gesehen. Wenn er schon alles sieht, ne? Da sind sie noch verstanden. Oh, ja. Und ich hoffe... Ah, die hat gerade einen, kommt zu spät. Okay, diesen Bulli hier müssen wir verteidigen. So, ich habe einen weggeplantet. Sehr schön. Ja, vor allem selten. Ja, wir müssen uns jetzt hier irgendwo verschanzen und diesen Bulli verteidigen, damit die den nicht klauen können. Ja, super. Ich wollte gerade sagen, wir müssen einfach irgendwo hinflettern. Aber das war schwer. Vorsicht, ich habe da eine Granate hingefäffert. Genau da. Ja, du hast ein Auto in die Luft, das wird gleich hochgehen. Oh, ich werde geschossen. Shit. Ah, hinter uns, hinter uns. Ja, mich hat er erwischt. Wie sieht es bei dir aus? Mich auch. Aber ich wurde von ihm und dir getötet. Nur um das mal so zu erwähnen. Oh, das ist nicht gut für meinen Prestige. Dann wirst du mich wohl einmal angeschrammt haben. Aber ja, jetzt sehe ich es auch. Oben rechts. Ja, aber unbewusst. Weil jetzt kein verspäteter Racheakt oder so ist tatsächlich so versehentlich passiert. Oh, er scheppert. Wahrscheinlich haben sie sich dem Bulli schon gefallt, ne? Ja, unser Teamkollegen scheint da ja auch irgendwo zu sein. Oh, haha, ja. Gutes Timing. Ich habe gerade gesehen, wie der Gegner hier durch die Ecke gepetzt wurde. Ja. Ja. Anhand des Autos schätze ich auch mal, dass der schon ein bisschen was kann. Ich stelle mich mal auf die geile Kiste hier von ihm dran. So, der Bulli, den wir verteidigen müssen, ist zwar noch hier. Ja. Ich bin an dem Bulli. Ich rufe mir gerade ein Auto, dass wir auch einen Fluchtwagen noch haben. Da hinten ist er schon. Steigt da hinten ins Taxi. Ja, er kommt mit dem Taxi angebraten. Nein, ich wurde überfahren. Es sind zwei. Scheiße, das hatte ich ja gar nicht auf dem Schirm. Und einer hat einen Granatenwerfer. Ach, er schießt in den Raketen auf mich, ey. Ja, ein Raketenwerfer, meine ich, ja. Ja, da war ich weg. Ja, beim Raketenwerfer hat man ja nicht so die Schnitte. Ja, okay. Könnte eine haarige Nummer werden, ja, ne? Hahaha, aber allemal, ey. Juuuut. Back in game. Unheftig. Ich hoffe, ich komme rechtzeitig. Okay, ich bin gerade in deinem Auto gespawnt, das bin ich in Null. Ja. Jau, hast du einen Platt gefahren? Nee. Aber ich fahr auf die Granate von ihm. Ah, ich... Der muss doch mal hochgehen, der Typ. Hier ist ja noch keiner. Ja, aber auf anderen Seite. Ah, das gibt's doch nicht. Ich glaube, unser Kollege hat den Granatenwerfer. Der war nämlich eben an meinem Tod beteiligt. Ah, ey, ich bin hier wieder vom Pech verfolgt. Also, Third-Person-Shooter ist nicht so meins. Ja, ich hab's heute noch zu meiner besseren Hälfte gesagt, dass man wirklich sagen muss, dass du mir in den First-Person-Shootern überlegen bist, aber in den Third-Person-Shootern immer ganz ordentlich auf die Mütze kriegst. Aber übelts. Aber heute noch drüber geredet hier zu Hause. Ja, aber gut, so ist das halt. Übelts. Spaß waren beide, aber das eine liegt einem halt mehr. Also, bei Fist-Pull of Drax war ich immer froh, wenn ich mal was getroffen hab. Nee, also da muss ich echt sagen, ich hab hier echt arge Schwierigkeiten mal richtig ordentlich was zu treffen. Und ich hab das, glaub ich, schon in einer anderen Folge erwähnt. Ich spiele eigentlich gerne Shooter. Aber ich glaube, ich benötige die Ego-Perspektive. Drückst du denn die rechte Maustaste, wenn du was vorher öffnest? Na sicher. Okay, ja, es hätt' ja sein. Ich brauchst dir ja zu, dass du das nicht machst. Das ist sehr freundlich von... Ey, das gibt es gar nicht. Aber es gibt auch eine Folge, da kann man ziemlich genau verfolgen, dass es gar nicht an der Präzision meinerseits liegt, sondern, ja, ich weiß es nicht. Ähm, die Folge ist noch nicht draußen. Du hast dich schon gesehen, hast du eben noch angesprochen. Da verpasse ich jemanden mehrere Kopfschüsse und der fällt nicht rum. Ja, das, äh, kommt leider manchmal vor. Ja, aber es waren einige, wenn nicht ein halbes Magazin. Und der ist unbeirrt seines Weges gegangen. Und er war feindlich, also er leuchtet auf derbe rot. Nicht, dass ich mich da wieder vertan hab und auf irgendjemanden schieße. Alles möglich. Ja, ja, ja. So, wir sind auf jeden Fall hier schon an dem Punkt, den wir verteidigen müssen. Ja, ja, ich bin, äh, gleich da. Ja, wäre ja schön, wenn man das hier mal umstellen könnte in Ego-Perspektive. Das wird's für mich vielleicht ein bisschen besser. Aber sei es. Ich kämpf mich hier auch so durch. Okay, der Kollege steht oben auf dem Kapp. Genau. Du auch. Geile, ne geile Karre hat der. Ja, hab ich schon gesehen. Ist das der mit der gelben? Ja, oder? Ja. Ah, hinten gelbe. Ja, ja, ja. Fuck, er macht da schon wieder voll einen weg. Ich hab übrigens mal so... Boah! Wer schießt denn auf dich? Ja, wenn ich das mal wüsste. Ich konnte ihn nicht sehen. Ich hätte mir mal so eine Elektroschock-Pistole gekauft, die kann ich aber auch scheiß rausholen. So eine nicht-tödliche Waffe mit nur einer Kugel. Oh ja, sowas hatte ich auch schon mal überlegt mir anzuschaffen. Damit wollte ich eigentlich mal auf dich schießen, so zum Testen. Aber jetzt hier nicht in der Mission. Ne, wir sollten damit mal tatsächlich jemanden verhaften, weil damit kriegst du wesentlich mehr Kohle, wenn du den daneben abkickst. So viel zur Theorie. In der Praxis habe ich's auch noch nicht geschafft. Ja, man muss halt treffen, das ist das Problem. Ja, mit seinem fetten Raketenwerfer. Ich glaube, ich hab als Gangster schon mal gegen ihn gespielt. Ja, es läuft auf jeden Fall gut für uns. Durch ihn. Ich wollte gerade sagen, du stehst ja quasi genug langweilend. Boah, ja, hinter dir, neben dir links. Ah ja, da unten. Der wieder, der Sack. Wie, hat er dich auch abgenutzt? Mhm. Ja, läuft ja. Ach übrigens, wir haben ja auch schon mal in einem Let's Play über die Musik gesprochen, die man dann immer so schön hört, wenn man mal drauf geht. Also in meinem Fall hört man das häufiger am Markt. Ähm, käuflich erwerbbar. Ja, auch. Genau. In der, ähm, wie hieß es noch? Wie heißt der District? Social? Social District, genau. Social District, der sichere Distur. Ah, da ist er schon wieder. Im sicheren Distrikt, käuflich erwerbbar. Ich glaube, mein eigener Teamkollege hat mich gerade gesprengt, der Depp. Ne, war der andere. Oder? Jetzt muss ich nochmal lesen. Hat der auch einen Raketenwerfer? Wer hat mich getötet? Nein. War nicht unser Teamkollege. Ja, und man kann die Lieder natürlich auch selbst machen im Social District. Ah, scheiße. Wie hast du dir ein Lied gebastelt? Nein, nein, nein. Ich habe nur mal vorgeführt, wie es gehen würde und wie sehr einem die Ohren bluten können, wenn ich das Ganze produziere. Darauf wollte ich gerade hinaus. Nein, nein. Ich habe es kurz angetestet, aber es ist nichts, was man sich anhören kann oder möchte, was ich da produziert habe. Ja, ja, davon gehe ich doch mal aus. Ähm, die Jungs standen jetzt eben zuletzt auch auf dem Dach, ne? Also die feindlichen Jungs. Oh! Ja, richtig. Jetzt ist hier aber Straßenkampf angesagt. Ich kann mal so ein bisschen verstecken. Ich bin sehr kräftig angewendet. Ah, das ist jetzt unser Teamkollege umgefahren. Ich dachte schon. Wollt ihr noch die Straßenbarrikade mal ein bisschen vergrößern? Weil die hinten geht schon richtig zur Sache. Das ist ein anderer Typ. Das macht mir ein bisschen Sorgen. Ich sehe schon wieder nur einen. Warte mal, ich komme mal rüber zu euch. Boah, ich habe jetzt auch gut einen auf den Sack gekriegt. Ja, oben auf dem Dach ist gar nicht so ungefährlich, wie ich eben gemerkt habe. Ich verstecke mich hier gerade in einem Mülleimer. Ja, da ist es aber auch nicht viel sicherer. Kann ich dir aus Erfahrung berichten. Da stand ich ja eben, als ich gestorben bin. Okay, aber wir haben es ja gleich. Wir haben es ja gleich. Wir sollten eigentlich gewinnen, weil die haben ja nur zwei Steps geschafft. Yeah! Jut, mal wieder was gewonnen. Ja, ich stehe auch neben dir. Genau, K drücken. Ganz wichtig. Ich hatte mir irgendwo eine Karre geordert. Ich darf uns das Ding hier nehmen. Den fahre ich doch so gerne. Gerne, aber nicht gut, aber gut. Ja. Das sind zwei andere Sachen. Klasse! Klasse! Keiner gibt nach. Beide wollen trotzdem machen. Richtig. Alles die Köpfe hier in dem Spiel. Dankeschön. Ja. Ja, wie gesagt. Ich habe es mal und probiert in einer angeschaut. Folge werden lieb zu wachsen. Aber ich habe mir gedacht, das ist nicht erstrecklich. Damit würde ich höchste Psycho-Table betreiben bei den Gegnern. So wie er gerade bei mir. Bei den Karren. Boah, die Karren haben auch eine Beschleunigung. Tja! Destruction Derby! Jetzt schnell raus hier aus der Kiste. So, dafür spreche ich aber so eine. Wenn das überhaupt geht. Das geht. Bin ich gespannt. Nichts passiert. Nicht mal ein Kratzer. Scheiße! Aber er nimmt es persönlich. So, das hat er nur davon. Ohne Mission kann er uns ja nicht. So, was ist das denn hier für eine Karre? Ist ihr geklaut oder gehört ihr die Leute dem Spieler, ne? Nicht nur zwar. Was ich hier in dem Spiel noch bemängeln muss, was mir noch fehlt, sind ganz definitiv... So, ich werde schon noch gesteuert. Sind ganz definitiv Motore. Da fände ich noch ganz cool. Oh, ja. GTA-Style, ne? Das fehlt noch. Aber da kann ich dir sagen, mit den Dingern war ich bei GTA wesentlich schlechter unterwegs als hier mit den Autos. Die waren eindeutig gefährlicher für mich. Ja, man ist schnell hin, aber man kann auf dem Ding auch feuern. Das fände ich ganz cool. Ja, unser Zielkollege drückt sich Kratzer. Schreib dem doch mal ne Message. Ich weiß auch gar nicht, ob man den denn entsorgen kann. Du bist der Gruppenleiter hier. Ja, kann man. Bist du Gruppenleiter? Du bist Gruppenleiter. Ich bin ja leider nur noch gejoint. Ja, kann man. Allerdings glaube ich auch über eine der F-Tasten. F9 oder F11. Die darf ich während der Aufnahme nicht die Goodfam-Style überhalten. Zumindest hier im Spiel nicht. Weil hier habe ich mir die Tasten noch nicht gehört. Also ich könnte höchstens, wenn ich mal... So, ich habe was im Gruppenchat geschrieben. Ah, fantastisch. KKK, klick KKK. Ja. Okay. Das sollte ausreichern. Aber ich glaube, der Schein ist wieder. Ja. Das glaube ich. Ja. Ah, er hat voll. Wohin müssen wir? Was geht hier? Was müssen wir machen? Nix. Oh, das ist ja auch wieder unsere Mission, würde ich sagen. Aber man muss ja sagen, die sind besser geworden. Man weckt mit seinen Aufgaben. Genau. Oh, erlaubt. Ich sehe schon, du hast dich zu sehr an die dunkle Seite der Macht gegangen. Ich habe keinen erschossen. Ich habe über den Köpfen weggeschossen. Aber ja, habe ich schon ein bisschen. Ja, ich bin gespannt. Habe ich mal lieber schnell den Kopf eingezogen. Ich habe es auch gesehen. Ich habe überlegt, ob ich es kommentiere, aber... Okay. Dann war ich da. Gut. Der Passant hat es nicht überlebt. Aber naja, sei es. Gibt eh zu viele. Gut. Jetzt brauchen wir ein schönes Versteck und dann ballern wir einfach alles ab, was kommt. Das hört sich doch mal nach dem Plan an. Ja. Wenn wir es denn hinkriegen. Ja, das wird im Versteck. Ich hätte man doch die Leiter nehmen sollen. Was ist hier? Hier kann man auch nicht gerade verstecken. Bist du auf dem Dach? Ich gehe jetzt hoch. Ja. Aber wir kriegen doch schon so gut. So. Was war mit dem los? Der ist ja glas. Boah. Nein. Der ist ja einfach umgefallen, wollte ich sagen. Aber ich auch. Aha. Das heißt, du bist nicht alleine. Ja. Ja. Jetzt haben wir hier auf meinem Streit geschnitten werden. Das ist doch alles. Aber wo muss ich denn jetzt hin? Da. Ah, wir haben noch einen Team player hier. Ah, hat er mich erwischt. Der ist Sack. Aber der will abhauen. Was ist denn mit dem los? Der hat gar keinen Bock auf die Nummer, wenn du das aufschaut. So. Der geht jetzt. Einer geht jetzt auf das Grifit los und wird das spielen. Ey, mein Teamkollege schießt auf uns. Beziehungsweise in dem Fall auf mich. Der hat mich ja leider immer mal wieder Deathly nicht schnallen. Der hat mich abgeknallt. Ja, das ist so das Problem an diesem Spiel. Man weiß nie, wie man ihn in die Gruppe kriegt. Ja, oben rechts könnt ihr das nochmal sehen. Eindeutig mein Teamkollege. Ähm, ja, gut. Vielleicht Farben blinken, ne? Grün und Rot schwäche. Die nächsten Roten sind angetanzt. Mit einem wahnsinnigen Stunt sind sie gerade da vor dem Haus gelandet. Ja. Wenn die Option B, Verstärkung rufen, auftauchen sollte, dann drückt die mal bitte. Ich glaube, die können wir brauchen. Ja. Okay, ja, wir müssen diese Punkte einnehmen und verteidigen. Wir haben keine Wahl. Ah, das ist ja schon weggefahren. Okay, ich geh jetzt mal zu dem Punkt, den wir einnehmen müssen. Das muss ich mal überraschen. Wer und was auch nicht war. Ich wollte doch blödsinnigerweise nur testen, ob das geile Auto einem meiner Teamkollegen gehört. Dann wäre ich nämlich damit zum nächsten Punkt gefahren. Und in dem Augenblick würde ich rüberfahren. Ja. Also hier bei dem einen Nebenpunkt wartet noch der Hencho. Ja, ich bin jetzt relativ nah dran. Ja, der ist oben auf dem Dach. Und der ist rot, ja. Ja. Der ist rot, ja. Okay. Ich hätte das jetzt auch falsch verstehen können. Das ist einer unserer Kollegen ist, der da schon die Stellung hält. So. Ja. Mal gucken. Ich gehe in einem Gebierz von Gängen. Ja, klar. Ich durfte auch mal was töten. Ja, unsere Holding Zofuhr. Ist die Frage wieder von unserem crazy Teamkollegen, oder? I Raven. Gehen wir zu uns? Weiblicher Charakter hier. Wo bist du denn jetzt hin? Ich wahrnehme meinen Weg. Hat hier relativ viele Gegner unterwegs. Ich wurde schon wieder von irgendwo beschossen, ja? Und ich sehe mal wieder nichts. Ich will tatsächlich sich irgendwo auf einem Blatt verscheißen. Ja, ja, ja. Auf dem Dach. Aber die gute I Raven erledigt das hier für uns. Die allein gab es. Ich wurde aufs übelste Kalker-Mann. Ach, was mache ich denn jetzt? Nein! Ich wurde aufs übelste Kalker-Mann. Kam so ein kleiner Mini-Cooper um die Ecke geslidet, aus dem schon aus den Fenstern geschossen wurde. Das habe ich nicht überlegt. Sie auch nicht. Ja, das ist ein ziemlich harter Druck, gegen den wir da antreten. Das kann man mal nicht einfach sagen. Brauche ich aber wahr. Ja, und die haben einen Sniper dabei. Hast du einen Blatt gefahren zufällig? Nein, nein, nein. Ich werde gerade befeuert. Geht schon in Deckung. Ah, da ist der echte Gegner. Von hinten wurde ich befeuert von einem Spieler, der mir nichts tun konnte. Und als ich mich wieder umdrehe, steht ein echter Gegner vor mir. Scheiße. Ja, viel besser geht mir hier momentan auch nicht. So, ich hoffe, dass hier ist jetzt keine Sackgasse hier rein, oder? Komm mal. Wollen bringt dieser Hensho, der Häufige Kinder, der bringt auch jetzt, glaube ich, schon richtig gut Punkte, weil er hat jetzt schon seinen üblen Rang da auf 5 gesteigert. Oh nein, hier ist unser Teamkollegen, der mich eben abgeschossen hat. Ich habe gerade festgestellt, man kann sich gegenseitig von den Leitern reißen. Das ist ja lustig. Wir haben aber, glaube ich, auch schon geschafft. Ja, wenn einer vor die Treppe ruft geht und du dann auch die F-Taste drückst, posten wir runter, ne? Ja. Äh, wo geht's denn jetzt hier weiter? Ah, schon wieder. Was ist denn da los? So, ich muss mich erst... Ach, Mann! Ja, es ist ja gleich vorbei, das Elend. Und das ist auch besser so. Ja, anders kann man es nicht sagen. Und da war es gelaufen! Ja! Traurig aber wahr. Ja, ähm, gutes Timing, aber trotzdem wieder. Zeit ist um. Let's Play Zeit für diese Folge ist gelaufen. Ja, mit dem, ja, wie soll man es nennen, Desaster, was wir hier abgeliefert haben. Beenden wir die heutige Folge. Ja, wenn es euch trotzdem gefallen hat, nächstes Mal einfach wieder reinschauen. Dann, bis dahin! Richtig, Leute, haut rein, bis die Nächte!